Und dann Moinsen zu einem Video, mit dem ich nicht gerechnet hätte, dass ich jetzt irgendwie mal in einem Hotel in Lissabon aufnehmen muss am Donnerstagabend, aber dafür unterbreche ich mal kurz den Urlaub, sag ich mal. Ja, wir haben auch ein Thema Mafopan aus West Ham, wir haben ein Thema Sosa Sevilla, das ist für was anderes, noch nicht so weit wie eben Endo, der jetzt aufgeplatzt ist. Ich bin immer schon ein bisschen am Skripten für Saisonprognosen, ich hoffe, ich kriege die noch gemacht für euch bis Saisonstart, bis Freitagabend oder sowas, schau mal, bin da auf einem guten Weg, aber ist halt Urlaub eigentlich. Ja, Endo-Gerücht kam auf einmal auf Fabrizio Romano, dann noch Ornstein, die ganz großen Quellen aus England natürlich, kurz zu Endo, dann von seiner Karriere her, bevor wir dann zu dem kommen, was seinen Transfer angeht. Vor der zweiten Saison, 19-20 gekommen, von Mislint hat geholt, aus Sandruiden, aus Belgien, auf sich aufmerksam gemacht, dann im Derby gegen KSC hatte wir das erstmal spielen dürfen, unter Walter, alles gebost im Mittelfeld, Kopfballduell gewonnen mit seiner, oder trotz seiner Größe, sag ich mal, dann Stammspieler geworden, im Sommer 2020 geholt, nach dem Ausstieg für 1,7 Millionen, dazu noch 300.000 Leihgebühr, also für 2 Millionen, Paket Endo 2 Millionen. Seither unersetzbarer Stammspieler gewesen, im Mittelfeld Kapitän geworden bei uns, und letzten drei Bundesliga-Saisons einfach insgesamt nur drei Spiele verpasst. Letzte Saison auch die beste von seinen Scorern her gewesen, 5 Tore, 5 Vorlagen, japanische Nationalspieler auch, mittlerweile auch Kapitän dort, und unvergessen, ganz klar, das Legendo-Tor, Nachspielzeit gegen Köln, Ecke kommt rein, Ito verlängert und Endo wirft sich wirklich komplett rein. Ich weiß auch, der Fuß vom Kölner, der irgendwie, das Knie vom Kölner, was auf seiner Kopfhöhe war, dem war alles egal, der wollte dieses Tor machen, unglaublich, dieser Mann hat sich komplett in unsere Geschichtsbücher eingetragen, ist einfach so. Und dann kam eben heute Abend Insidergericht von Fabrizio, Liverpool soll dran sein, das ging dann ganz schnell, das Ding soll dann durch sein. Morgen Medizin-Check in Liverpool schon, 18 Millionen Ablöse, und jetzt natürlich dazu ein bisschen was einzuordnen, ganz klar, für uns ein Riesenverlust, brauche ich, glaube ich, nichts Neues erzählen. Legendo geht, ist, glaube ich, auch noch nicht ganz angekommen bei mir, sowieso vom gesamten Setting her nicht ganz angekommen, aber das wird wahrscheinlich das erste Mal so richtig passieren, wenn er am Samstag dann auf einmal nicht mehr im Kader ist, oder die ersten Gerüchte dann eben auch kommen, wer ihn ersetzen könnte. Trocken, auf dem Papier, muss man aber sagen, starker Deal, so, kann wirklich von keiner Seite aus, außer natürlich von unserer, dass wir ihn ersetzen müssen, aber das mal weggelassen, von keiner Seite aus, irgendwer riecht, irgendwie meckern. Nur noch ein Jahr Vertrag gehabt, das ist das einzige Thema, wo wir auch vielleicht beim VfB meckern könnten, weil laut Berichten, laut Bild war es, glaube ich, will Endur verlängern, oder wollte Endur verlängern, muss man ja sagen, und der VfB wollte es erst nach Transferphase machen, das hätte man vielleicht schon davor machen können müssen, das kann man vielleicht ein bisschen kritisieren. Dann hätte es eben jetzt auch einen längeren Vertrag, oder auch mehr Kohle rausholen können, ich glaube, Liverpool-Wechsel wäre auch mit einer Vertragsverlängerung nicht vom Tisch gewesen, aber hätte es noch ein bisschen mehr Geld rausholen, aber auch da muss man sagen, haben wir einen guten Job gemacht, oder uns zumindest nicht über den Tisch ziehen lassen, ich glaube, Liverpool auch da faires Geld gezahlt, aber man guckt, ein Jahr Restvertrag, 6,5 Millionen Marktwert, 30 Jahre alt, und wir haben 18 Millionen stehen im Raum, von Fabrizio Romano berichtet, das geht mehr als fit, finde ich, alles in Ordnung, ich hatte irgendwie schon fast Angst, dass wir irgendwie so 10 10 bekommst, oder so, weil du bezahlst, oder kriegst normalerweise weniger, wenn du eben nur noch ein Jahr Vertrag hast, 18 Millionen ist wirklich ein starker Deal, und ganz klar, auch der Name, der da kommt, Liverpool, wenn die anklopfen, die sind mal drauf geschissen, dass sie diese Saison nur Euroleague spielen, normale Champions-League-Mannschaft und auch Meisterschaftsanwärter, wenn Liverpool anklopft, dann sind wir raus, als VfB, so ehrlich müssen wir einfach sein, Endur auch schon immer gesagt, dass er den Traum Premier League hat, er ist auch, klar, 30 nicht uralt, aber eben auch so ein Alter, wo man eben diesen Schritt dann auch gehen will, oder auch gehen muss dann irgendwann in der Karriere mäßig, dass er das machen will, kann ich 100% nachvollziehen, komplett nachvollziehen, dass man ihm vom VfB aus da vermutlich auch keine Steine im Weg gelegt hat, ist auch nur fair, ja, dazu, auch auf einer menschlichen Ebene, ist das ihm komplett zu gönnen, der Mann hat mehr als genug getan für uns, er hat nicht umsonst nach drei Bundesliga-Saisons einen Legenden-Status hier, oder allein durchs Wort Legendo eben sein Status bei uns, wir haben jetzt eben die absolute Mammutaufgabe, ihn zu ersetzen, müssen mal gucken, was da passiert, für ihn hoffe ich auch persönlich gesehen, dass er es dort allen zeigt, so, weil das ist das typische Ding, ich glaube, Bundesliga-Fans kennen das auch, diese typischen Premier League-Fans auf Social Media direkt durchdrehen, oh, 30 Jahre, VfB-Aufs-Kandidat, zahlen 18 Millionen, was kommen wir denn da für einen Scheiß, unsere Saison ist jetzt schon vorbei, Alter Schwede, also wirklich, die nur ihre eigene Liga kennen, es ist komplett schlimm, was da teilweise rumfliegt online, sogar Fabrizio Romano hat seine vielen richtig, richtig starken Statistiken nochmal rausgebracht in dem Post, also haben es hoffentlich auch ein paar englische Fans gesehen, zu seiner Zeit in der Bundesliga, von so 20 zu 21 bis eben jetzt, hoffentlich zeigt er allen, wie komplett unterm Radar er läuft, wie komplett underrated der Mann ist, zusammen hat auch was Cooles einfach, zusammen mit Kloppo in Liverpool, auch mit von Schmatte geholt, natürlich die auch nochmal einen anderen Blick auf die Bundesliga, als vielleicht andere Premier League-Vereine, und das Coole ist ja auch, er könnte da ja eigentlich quasi direkt erstmal gesetzt sein, die haben ja eigentlich kein 6er, 8er, sag ich mal, vor allem eben kein Defensiv-Denkenden, Fabinho weg, Henderson weg, klar, Schoboschleit geholt, McAllister geholt, ist alles offensiv, Thiago auch noch da, ist auch eher offensiv, sonst habe ich da gerade nicht so einen Überblick, wenn er noch so da ist, noch ein paar jüngere Talente, aber Endo könnte da gerade wirklich gesetzt sein, Premier League-Fußball gesetzt bei Liverpool, das ist einfach wirklich schon eine richtig geile Nummer, wir werden es weiter beobachten, ich werde es weiter beobachten, bin ja, wisst ihr ja, vielleicht ein paar von euch, auch klar, VfB-Fan ist ganz, ganz hier oben, aber wenn man auf die zweite Fan-Ebene geht, sag ich mal, bin ich ja auch Liverpool-Fan, einmal Liverpool gewesen im Stadion, Stadion-Tour und auch im Spiel gesehen, deswegen bin ich auch da dem Transfer nicht so ganz abgeneigt vom Sympathie-Level, sag ich mal, aber nochmal zum Schluss hier zusammengefasst, stichpunktartig auf den Transfer geschaut, passt das, ne, Endo bekommt seinen Traumwechsel, wir bekommen wirklich noch eine sehr stattliche, Ablöse, finde ich, und wie gesagt, aus menschlicher Sicht ist es ihm komplett zu gönnen, ich hoffe auch, dass er in irgendeiner Form, weiß nicht, ob das irgendwie funktioniert oder wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt erst, nochmal einen geilen Abschied bekommt, vielleicht wird er noch eine kleine Kurio gewidmet, irgendwas in die Richtung oder vom Verein natürlich noch einen geilen Abschied bekommt und für uns gilt es eben dann abzuwarten, was an Ersatzgerüchten kommt, auch natürlich, vorhin angesprochen, mal vor Panos Sosa, möglicherweise auch Ersatzgerüchte, da notwendig, es hieß ja zumindest mal die Aussage von Wohlgemut, wir sind auf alles vorbereitet, mal gucken, in welcher Form und ob sie auch auf sowas wie Endo vorbereitet waren, ne, das trifft uns, glaube ich, schon alles so ein bisschen aus und nichts, mich auch, deswegen kann ich nur so ein bisschen, nicht unemotional, aber schon fast ein bisschen trocken nur drauf gucken, weil es einfach einen so erwischt hat hier einfach auf den Donnerstagabend und ich glaube, wie gesagt, das muss erst noch ein bisschen in einem reifen, dass wirklich Vataru Endo weg ist, so einer von den Kandidaten, wo du sagen würdest, ja, klar, wenn Premier League Klub anklopft, dann könnte was passieren, aber ja, er will auch Vertrag verlängern, er hat noch Vertrag, da passiert doch eh nichts, ne, aber es ist doch was passiert, gerade bei ihm, noch vor Mafropanus, noch vor Ido, noch vor Sosa ist Endo weg, aber wie gesagt, schon oft angesprochen, vom Gesamtpaket her klingt das zumindest für ihn nach einem supergeilen Transfer, ist ihm 100% zu gönnen, hat sich 100% verdient, Vataru Endo, unsere Legende, unsere Legende, wir haben jetzt eben die A-Teile gezogen, und müssen den Mann ersetzen, ich glaube, vom Profil her, vom Typ her, vom Menschen her, ist er nicht ersetzbar, aber vielleicht in irgendeiner Form spielerisch oder von den Attributen, die eben der neue Mann dann mitbringt, bin mir gespannt, natürlich wahrscheinlich auch viel zu knapp dann bis Samstag noch einen Satz zu finden, werden wir alles sehen, ich labere wieder um heißen Brei herum, mich um Kopf und Kragen, eure Meinung in den Kommentaren zu Endo und natürlich ganz klar, wir bekommen ja nochmal den magischen Endo-Moment hier hinten raus, natürlich ins Video geschnitten, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.